Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Lost Place Video. Es geht mal wieder Schlag auf Schlag. Wir haben auch wieder was ländliches. Das kennt ihr auch von damals. Also ich würde sagen schauen wir uns das an und bleibt dran. Hier haben wir jetzt zunächst mal einen Öltank. Ein Gülletank muss das sein. Sieht schon ziemlich abgelubbert aus und der steht auch schon sehr lange wie ihr seht. Ein Pferdewagen, der voll ist mit irgendwelchen Gerümpel. Da ist noch ein Kennzeichen dran, deswegen. Nur mal kurz rein gelohnt. Hier sind noch Dosen. Krass. Ich will mal gucken ob mal aufs Gelände drauf kommt. Ich bin mir ganz sicher. Aber hier haben wir schon einen total abgebrannten Reifenstapel. Da war auch die Polizei zugange. Das erkennt man gut an dem Flatterband hier. Erkennt man das ganz gut. Hier schön verbrannt. Ich frage mich mal warum muss man sowas machen. Warum eigentlich. Das frage ich mich. Aber im übrigen ich kenne auch den Besitzer von dem Ding. Früher war hier mal ein Tor gewesen. Also gut da war ich acht oder neun Jahre alt. Da war da ein Tor gewesen. Das weiß ich noch. Krass, 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 krass. Hier, Mann, Aale, Drecke. Das heißt, alt so alt ist der noch gar nicht. Gute alte, gute John Deere hier. Ein guter John Deere. Aber der sieht schon ganz schön mosig aus. Und auch schon zugewachsen. Guck, ob der überhaupt noch auf geht. Ne, der geht nicht auf. Aber ich weiß noch, ob man es sehen kann. Der ist ganz schön zugewachsen. Hier, Spinnweben, alles. Wie wölzt. Ist da ein Kennzeichen drauf? Ne, ist keins drauf. Will ich ein bisschen größer haben. Wow. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste hier rein theoretisch sogar noch ein Traktor von meinem eigenen, ich habe noch ein bisschen schrubb, von meinem eigenen Vater rumstehen, den mein Vater gehabt, also wie der aufgebaut hat. Der müsste ja auch noch, hier sind zum tanken gewesen früher. Und hier haben wir eine Raupe. Mal gucken, was bei der Raupe geht. Hier, die ist schön eingewachsen, die Raupe. Also, was heißt Raupe? Das ist so ein, oh, das geht sogar noch auf hier. Wow. Ay caramba, ist ja schön. Dieser alte Muff, irgendwie finde ich ihn geil. Es gibt Leute, die stehen nicht auf sowas, aber, wenn es reinregnet, aber ich stehe auf sowas. Hier, guckt euch diesen Traktor an. Das ist der Traktor von, von, ja, von einem Bekannten gewesen. Der ist Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Den machen wir mal von vorne. Das Dings mache ich dann weg. Das Kennzeichen ist klar. An dem hat mein Vater auch gearbeitet, glaube ich. Ich weiß noch, wie ich etwas weniger war. Sollte ich mal für meinen Vater was hier holen? Und da waren hier Hunde. Deswegen ist dieser Ort ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also, ich habe hier ungute Erinnerungen, weil hier zwei Hunde auf mich los sind und mir von beiden Seiten die Ärmel abgerissen haben. Ja, dann war da noch so ein alter Hund, der wollte, der wollte mich beschützen, weil er gewusst hat, dass ich nichts Böses will. Und dann sind diese zwei Hunde, sind teilweise noch auf denen los, aber der hat sich, der hat sich gewehrt und hat die verjagt mit seiner Erfahrung halt. Ja, also das war eins der bewegendsten Ereignisse in meinem jungen Leben gewesen, ja. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier haben wir ein paar Wohnwagen. Gut, das war früher mal eine Stelle, wo man seine Schafe scheren konnte, ja. Oh, in den Wohnwagen geht es noch hinein, dann gehen wir doch hinein. Nehmen wir nochmal aus, hier der Boden ist schon gut aufgeweicht, das riecht wie ein alter muftiger Mufti-Wohnwagen, ist klar. Boah, der Boden ist schon ganz schön kaputt, das sieht aber noch wohnlich aus. Ja, machen wir lieber mal zu hier, weil, äh, und so weiter. Boah, hier dieses, dieses Zeichen ist mal so geil. Wow. Also manchmal, winste Lost Races, ja das hat mir jetzt ein bekannter gesagt von mir, und der hat gesagt, ja kennst du das? Und ich so, ja das kenne ich. Aber pass mal auf, der hat zwei Hunde, zwei Schafe. Und dann, ne, und der so, nee, 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 das, das war mal. Viele Jahre her. So, ja gut, ich guck demnächst, wenn ich mal vorbeikomme, kann ich mal gucken. Und jetzt bin ich dazu gekommen, mal zu gucken. Was haben wir denn hier schönes? Hier noch Zaumzeug. Guck, das sind alles so Sachen, die, riecht es auch noch nach Schaf, ey. Hier Schafwolle. Alles voller Schafwolle. Ja, hier wurden früher Schafe hergebracht, die wurden geschert, und dann hat man die Wolle, also er hier hat die Wolle halt verschärbelt, verkauft. Wie auch immer. Ich frage mich allerdings, warum hier die Mülleimer auf sind. Da ist Wasser drin. Da kommt die Mama dazu. Da weiß er nicht. Ja. Also hier muss schon jemand gewesen sein. Ob das nun ein Lost Blazer war, weiß ich nicht. Aber da kann man doch, aber da kann man doch zumindest die Mülltonnen wieder zumachen. Ich meine, wie sieht das denn aus? Lasst ihr eure Mülltonnen offen, oder was? Ja, hier haben wir den nächste Wohnwagen. Da ist ja auch schon der, ja, weil die stehen hier ja. Teilweise. Ewig. Und er ist auch offen. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Boah, hier muss jetzt drin. Ui. 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 Hier. Der Geist hier, der verjagt ja jede Nacht die Gall. Ja. Ich mag da jetzt gar nicht überall reingucken. Weil da wird. Hier dieser. Hier sieht man, wo der überall schon war. Ja. In Rust war der schon. Und überall. Ja. Hier haben wir ein kleines Bienennest. Und hier auch. Oder Wespen oder Fliegen oder was für Viecher. Hier haben wir noch uralte Heizung. Hier haben wir noch bisschen Strom gemacht. Dusche. Oder was? Nee, Dusche. Soll das sein. Hier zum. Ja. Hier das konnte man umklappen. Und dann konnte man da ein Bett raus machen. War eigentlich ziemlich geil. Okay. Huh. Wieder raus. Alter. Der Muff. Oh shit. Das müffelt. Hüde. Das müffelt. Hüde. Ach. Das müffelt. Hüde. Sack sind die. Hier haben wir ein Schaf. Also allzu lang ist das noch nicht her. Weil. Es gibt hier noch gelbe Säcke. Jetzt wenn der Jahrgang drauf steht. Von dem gelben Sack. Dann ist das Mineralwasser haltbar. Steht hier nicht drauf. Da hat Mineralwasser hat überhaupt keinen. Da hat über. Äh. Mindestens. Äh. 2018. Ist das wohl gezappt worden. 2018 ist das wohl gezappt worden. 2018 ist das wohl gezappt worden. Oh. Hier haben wir noch so einen Pferdewagen. Also in dem hat man dann Pferde transportiert. Oder auch Schafe. Aber meistens sogar. Meistens Pferde. Ja. Und Stromgeneratoren. Hier. Hier geht es hinein. Ja. Geil. 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 Ja. Dass ich ihn nochmal her darf. Wer weiß wie lange es das hier überhaupt noch gibt. Ganz ehrlich. Äh. Ja. Irgendwann wird es weggerobbt. Hier haben wir noch. Oh. Hier muss jetzt auch. Hier haben wir noch die ganze Scheiße von den. Viechern. Haben wir noch hier. Na. Ist halt so. Hier haben wir noch ein paar Gatter. Hier konnte man. Hier hat man sich. Wohl auch mal zusammengesetzt. Man hat auch mal ein bisschen. Party gemacht. Krass. Ja. Hier hat man die Schafe durch. Dann sind die geschworen worden. Ja. So war das damals. Ja. Ja. Hier. Komm mal für den Winter. So ein richtig cooler. Richtig cooler. Richtig cooler hier. Ähm. Eisen. Also ein Schlitten. Supergeil. Wow. Hier. Das sieht natürlich auch sehr morsch aus. Das ist. Deswegen bin ich hier äußerst vorsichtig. Und das jetzt. Wenn mir jetzt anbricht. Ist eh Feierabend. Dann ist eh fertig. Hier sind noch. Die weltberühmten. Wie heißen die Dinge. Ah. Das wo Krebs verursacht. Platten. Hier haben wir eigentlich nichts mehr. Hier haben wir eigentlich nichts mehr. Also noch ein Anhänger mit jede Menge Reifen. Alles voll mit Reifen. Ja. Ist halt so. Hier ist. Hier war auch. Ne. Hier ist. Warte mal. Wie waren das? Ah. Hier war so ein Überstand. Damals. Und der ist natürlich. Ist der weggebrochen. Holy. Shit. Und hier. Das ist eher sumpfig. Da gehe ich nicht rein. Und hier haben jahrelang. Sind die Tiere hier lang gelaufen. Also ich hafe. Zumeist. Und haben sich da. Na. Na. Na ja. Gut. Ich würde sagen. Leute. Mit diesem wundervollen Ausblick. Das war es mal wieder. Für heute. Bleibt gesund. Respektiert. Jeden Lost Place. Den ihr findet. Und. Lasst mir eure Liebe da. Indem ihr ein Abo da lasst. Ein Like da lasst. Und vielleicht auch mal kommentiert. Oder so. Wäre da auch mal ganz nett. Allerdings. Daten rausgeben. Ist so. Ich bin da nicht so. So sehr. Ja. Würde ich sagen. Gute Fertigung. Mädels. Gute Fertigung. Gute Fertigung. Geräus enfant im Auftrag vonincene nellainedinein. Gute Fertigung Gute Fertigung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018